1. Entsichern. Jagen Sie alle Tiere. Was in der Art. Ja. Ich habe nämlich mal gedacht gehabt. Ich spüre heute mal was anderes. Also das heißt heute. Eigentlich die Idee dahinter. Für mein Abo. 200 Abonnenten Spezial. Danke vielmal liebe Leute. Für das ihr mich abonniert. Und euch meine Videos gefällt. Es zeigt mir auch, dass ich eben. Ja, dass die Videos besser werden. Ich gebe mir dort auch ziemlich viel Mühe. Eben, dass euch die Sachen gefallen. Dass die Videoqualität immer oben ist. Dass ich. Ja eben, dass ihr alle zufrieden seid. Das ist natürlich für mich. Selbstverständlich. Und ich habe gedacht gehabt auch. Ja, jetzt wo ich 200 Abonnenten habe. Mache ich auch ein Spezial Spezial. Da ist dann der liebe YouTube Bro. Drauf gekommen. Und. Der hat die Idee gehabt eben mit den 200 Abonnenten Spezial. Dass ich dort eben. Hingehen soll. Oder machen kann. Dass ich mich mit den ganzen Abonnenten. Ja, nein. Teamspeak TS. Also Teamspeak 3 treffen kann. Und das habe ich jetzt auch vor zu machen. Die Daten dazu, die kommen dann in die Beschreibung hinein. Wenn ich sie dann noch vom lieben YouTube Bros bekomme. Kommen die natürlich davor sofort rein. Ah, mein Gott hier. Ah. Ja, und. Ich habe mir eben auch gedacht gehabt, zum 200 Abonnenten Spezial nebenbei noch etwas zu spielen. Etwas, was mal ein Neuer ist. Oder weil ich noch nicht so gespielt habe eben, wie jetzt eben dieses Spiel hier. Ich kann es eben nicht ganz aussprechen. Nur noch eine Minute. Ich habe den ganzen Namen eben gefunden. Piss dich. Was ist denn das? Danke. Funkgeräte reparieren. Da kommt eine Horde. Jagen Sie alle Tiere. Ja, und zugleich natürlich noch ein ganz herzes Dankeschön auch. Eben für das Abonnieren eben. Für eure Kommentare eben. Für das Positive bewerten meiner Videos eben. Dass es euch gefällt. Es gibt mir wirklich eben ganz herz, dass es euch eben auch gefällt. Und dass ihr mehr sehen wollt. Finde ich echt super von euch. Danke vielmal. Und darum ist auch extra die Spezial für euch. Runde 3. Bereit machen. Jagen Sie alle Tiere. Eieiei. Ja, und aus dem Grund. Natürlich wird es da zusätzlich natürlich noch immer noch die altbekannten Let's Plays geben. Äh, der nächste Part von Minecraft wird natürlich hochgeladen. Der Part 18 ist es da jetzt. Kommt demnächst extra für euch. Dann wird es demnächst aber auch wieder neue Parts geben. Ich denke mal, der Slow wird vielleicht dann wieder dabei sein. Der hat auch wieder ein großes Interesse, da mitzumachen. Eventuell auch der YouTube Rose. Der hat ja auch mal einen Craft-Fleisch. Hatte er auch Lust, da mitzumachen. Dann mal vielleicht ein Dreier-Let's-Play. Oder mal gucken, wie wir es da anrichten. Aber wir finden da eine Lösung. Und das Wichtigste ist ja, dass ihr euren Spaß daran habt beim Zuschauen. Wenn ich mal wieder mich selbst in die Luft jage. Oder irgendwelche Endemands mir auf die Nüsse gehen. Oder sonst was. Oder wenn eben wieder der Slow Selbstmord begeht. Ich sag mal, ich hab dich doch gerade hier... Und bei dem Spiel hier seht ihr, es geht ja wirklich nur um die wilden Tiere. Schade ist echt... Etwas ist ganz, ganz schade. Man kann es kooppen, diesen Überlebensruf. Es gibt eine Story. Vielleicht Let's Play ist ja... Den verletzten Zivilisten verteidigen. Aber... Aber bei diesem kleinen Sichtfeld hier... Obwohl ich die Max-Auflösung habe... Auf jeden Fall... Man kann es kooppen spielen, aber leider nur lokal. Also eben Splitscreen. Ist das nicht eben so... Ein koop... Also eigentlich so ein Konsolenspiel. Wie man es auch beim... Gerade merkt, dass ich so eine Art... Auto-Aiming habe. Nur noch eine Minute. Können wir abschalten, aber... Ist auch langweilig, oder? Ja, und das sind eigentlich an sich die Waffen nicht. Aber das sind wir eigentlich alle im Spiel. Stirb, Kartoffel. Ah! Scharfschütze. Ja, eben, wie gesagt... Ich habe jetzt angenau... Also vorgehabt, dass wir am Wochenende so... Noch 30 Sekunden. Gegen 18 Uhr, so am Samstag eben... Uns zusammen in TS treffen und eventuell, wenn... Da jemand noch Lust hat, irgendwas zocken... Black Ops 2 oder Minecraft oder... Weiß der... Geier. Worauf ihr so Bock habt, Jungs, Leute. Auf jeden Fall trotzdem eben... Ich kann es tausendmal sagen. Ich finde es einfach so geil, dass ihr... Ich hätte echt nicht mal... 4, 3, 2, 1... McDonald's... Das wird ein großer Angriff. Nein, ich finde es trotzdem immer noch... Ziemlich geil, eben... 200 Abonnenten zu erreichen. Das ist ein ziemlicher Wunsch von mir gewesen. Ich bin echt froh, den jetzt erreicht zu haben. Ey, Leute, das ist schrot. Die wollen mir echt erst auf die Nüsse gehen hier. Nur noch eins. Und das ist ein großer Wunsch von mir gewesen. Natürlich auch weiterhin... Runde abgeschlossen. Und natürlich auch weiterhin eben... Neue Videos eben von verschiedenen Games. Wenn ihr natürlich irgendeinen Wunsch da habt, irgendein Spiel zu sehen, bitte schreibt es doch in die Kommentare oder sagt es mir dann im TS am Wochenende. Alle wichtigen Daten stehen natürlich... Unten in der Beschreibung. Und auch eben immer noch... Wer seinen Kanal gerne vorgestellt haben möchte, kann das auch bei mir einfach melden. Und dann gucken wir den Kanal an. Beim YouTube-Bro habe ich es auch gemacht. Der hat so ein eigenes Kanal-Design von mir bekommen. Okay. Ganz plötzlich Kanal-Design bekommen. Und weil er mit mir zusammen Let's Play macht, ist er auch mein persönlicher Let's Play Partner. Tja, hier nochmal eine liebe Grüße an dich. Lieber Stefan. Der Boss kommt. Der Boss kommt. Wo ist denn jetzt hier der Boss? Ach, das war ich, Alter. YouTube-Bro. Der Boss kommt. Wo ist denn der Boss? Also was muss denn du jetzt denn nachladen? In den Arsch. Der Boss kommt. Oh. Okay, Leute. Der Boss kommt. Ja eben, ich kann es immer nur wieder betonen. Danke vielmal eben für das Abonnieren hier. Ihr seid echt die Besten. Echt die besten Abonnieren, die man sich wünschen kann. Ich bin irgendwie ein bisschen gerade abgelenkt. Aber trotzdem möchte ich mich hier an der Stelle auch verabschieden. Und das Video wäre mir zu lange gekippt, ja? Ja eben. Wenn irgendwas ist, ihr wisst ja. Hört in die Kommentare rein. Ab damit in die Kommentare. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.